Nehmt alle Karten. Achtet darauf, dass sie nicht alle in dieselbe Richtung zeigen. Mischt alle Karten. Und teilt sie gleichmäßig unter beiden Spielern aus. Dieses Spiel kann nur mit zwei Spielern gespielt werden. Jetzt seid ihr bereit zum Spielen. Versucht als letzter, noch Karten in der Hand zu halten. Wenn du dran bist, spiele deine oberste Karte aus. Je nachdem, in welche Richtung deine Karte auf deinen Gegner zeigt, wählst du die Strategie für deinen Zug. Wenn hoch auf deinen Gegner zeigt, brauchst du die höhere Stärke. Der Spieler, der an der Reihe ist, sagt an, um welche Stärke ihr euch duelliert. Der Spieler mit der höheren Stärke gewinnt. Die Karte des Gewinners kommt unter den Stapel. Du kannst entscheiden, in welche Richtung die Karte zeigt. Die Karte des Verlierers wird aus dem Spiel genommen. Beide Spieler müssen einen Ablagestapel bilden. Und die Karte verdeckt darauf ablegen. Der Gewinner beginnt die nächste Runde. Diesmal zeigt Niedrig in die Richtung deines Gegners. Deshalb müsst ihr euch um die niedrigere Stärke duellieren. Wenn beide Karten denselben Wert haben, nehmt ihr eine neue Karte. Ihr duelliert euch in der Richtung der neuen Karte. Der Verlierer muss beide Karten aus dem Spiel nehmen. Der Gewinner legt beide Karten unter den Ziehstapel. Hast du das Duell gewonnen und hast nur noch drei Karten oder weniger? Kannst du die oberste Karte vom Ablagestapel deines Gegners nehmen. Lege sie ganz unten unter deinen Ziehstapel. Verändere die Richtung aber nicht. Wenn ein Gegner keine Karten mehr hat, bist du der Gewinner des Spiels. Geert! 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 Untertitelung des ZDF, 2020